Und LastJustice benutzt jetzt hier seine D.Va und um zu Zonen trifft auch Inquess, das Racken-Kick, Murat Bauen. Und LastJustice, der kriegt Buddy runter von der Map mit seinem Mech, indem er sich da reinleckt. Wunderschöne Aktion hier und jetzt muss man hier schon von Kaftas die Primal Rage benutzen, um den Point hier noch zu contesten zu können. Jetzt kommt Inquess wieder mit der Rock of Arash und kriegt diesmal den Double Kill. Also, diesmal die Aktion ist wieder überrascht. Die bringt es mitten auf den Point. Und John Bishop, der ist jetzt hier auf dem Flank, sieht dann den Pick-Up-Support aus. Erstmal das Dynamite reingehauen, das Blade von LastDrag ist wieder am Start. Er kann aber nicht durch die Transcendence durchhauen, sondern es ist Faden, der mit seinem Hai nun hier beide Supporter rausnimmt. Jetzt wird das Flux noch committed und John Bishop, der holt drei Picks hier. Ganz alleine ist er hier am Start, haut noch den Bob rein. Es sind nochmal 2, 5, 6. Jetzt war es halt auf dem Doom-Tick eben nochmal am Tatschen, aber so wirklich wird das sich daran verändern. Das ist wieder das Overtime-Szenario und ich glaube nicht, dass das winnable ist. Die Frankfurter letzten Endes doch viel zu stark hier unterwegs. Und da kommt der EMP direkt rein. 4 Leute sind ge-Emp'd. Und Stevens-Bombe findet direkt zwei davon. Wunderschöne klassische Kombi EMP-Bomb. Und ja, jetzt kommt der D-Mac noch hinterher und damit sind beide Tanks aus dem Spiel raus. Ja, bei my side jetzt mit dem Final Door of Duaro damit erst mal der Off-Tank rausgenommen. Der Rest von Eilox kommt aber durch. Ich bin all day währenddessen mit dem Kill aus dem Team. Dem ist kein Off-Nand-Reist. Aber Isk Rauno auf dem Hort kriegt zwei Kills, 912. Fällt zwar zu Martin und Isk Rauno holt den dritten. Also da ist einiges noch drin und 912 mit dem Magic-Win all day. Der Main-Tag fehlt und damit sollte es das auch gewesen sein. Der Drache von Draco kommt raus, findet zwei Kills jetzt hier und damit ja.